Zu Berlin und seinen Straßen gehören nicht nur die kleinen Ecklokale, sondern auch die Leierkastenmänner. Es gibt nur noch wenige und die Insulaner sind in der glücklichen Lage, einen singenden Drehorgelbesitzer vorstellen zu können. Zu meinem Gedudle, da kann man noch schworfen, denn meist spiel ich uralte Schlager. Die Schlager, die heute die Leute verkaufen, beim Festival sind oft sehr mager. Da schreibt ihnen ein Lied und schreit sie es, ihr wisst, dieser Schlager sticht andere aus. Ein Schlager ist keiner, solange es keiner ist. Mensch, lass doch das Ding erstmal raus. Mensch, lass doch das Ding erstmal raus. Amerikas Forscher, die schlafen mitnichten, auch da gibt's Raketenbezwinger. Doch weil sie da drüben jeden Fehlschlag berichten, erscheinen die Erfolge geringer. Sie schreiben, heut passiert's, nee, erst morgen um ihn, vielleicht fällt's wie ein Nebel auch aus. Man macht vor dem Schuss sehr viel vor Schuss gedehnt. Mensch, lass doch das Ding erstmal raus. Mensch, lass doch das Ding erstmal raus. Bei Grafen und Prinzen und mancher Komtesse und hohen Personen aller Arten, berichtet gleich kurz nach der Hochzeit die Presse, dass sie nun ein Baby erwarten. Und umstände halber und weit vor der Zeit, da posaun sie den Nachwuchs schon aus. Bevor in der Wienerwart krabbelt und schreit, Mensch, lass doch das Ding erstmal raus. Mensch, lass doch das Ding erstmal raus. Man wird von den Bonnern so gerne erfahren, wer wird mal als Kanzler fugieren? Denn sicher wird Konrad in 10, 20 Jahren mal Lust haben zu privatisieren. Doch was für'n Ersatz nimmt dann Platz dort im Haus, das sieht mehr als geheimnisvoll aus. Wer wird es, Herr Krone, Herr Erhardt, Herr Strauß? Mensch, lass doch das Ding endlich raus. Mensch, lass doch das Ding endlich raus. Im Osten, da wollen sie die Wirtschaft im Westen seit Jahren nun schon überflügeln. Sie wollen ihre Leute mit Schlagsahne messen und so unser Schicksal besiegeln. Zwar knapfen sie mit den Kartoffeln im Land, doch auch übrig trief stolzgeschmelt aus, den Wohlstand zur Zukunft, hab ich in der Hand. Mensch, lass doch das Ding erstmal raus. Mensch, lass doch das Ding erstmal raus.